Wir sagten, dass F, TH und CH zu den für uns unersprechbaren Lauten Strich B, Strich D und Strich G wurden. Aber was sind diese Laute genau? Und wieso wurden sie später zu B, D und G? Strich G ist ein stimmhafter, velarer Frikativ. Was das genau heißt, erklären wir in unserem Video über Tolkiens Tengwar. Aber einfach gesagt ist es ein G, bei dem man die Zunge nicht ganz gegen den Gaumen hebt, sondern nur fasst. Also CH. Der Laut existiert in meiner zweiten Muttersprache, dem Niederländischen. Genauer gesagt, in meinem belgischen Dialekt. Deswegen kann ich ihn so problemlos aussprechen. Bei Strich D, dem stimmhaften dentalen Frikativ, ist das anders. Ich kriege es nicht hin. Ihr kennt es aber. Es ist das TH in Teng, nicht in Den. Englisch kennt zwei TH-Laute. Ein stimmhaften, wobei also die Stimmbänder vibrieren, und ein stimmlosen, wobei sie das nicht machen. Strich D ist die erste Variante. Strich B letztendlich ist der stimmhafte bilabiale Frikativ. Er ist wie das W in Winter, aber man hält die Lippen wie bei einem B. Laut Wikipedia gibt es Leute, die so umgangssprachlich das B in Aber aussprechen. Also nicht Aber, sondern ungefähr Aber. Jetzt wo man weiß, was die Laute sind, ist es auch leicht zu verstehen, wie sie sich zu B, D und G entwickeln konnten. Unser heutiges G ist ein stimmhafter, fehlhaarer Plosiv. Schon von Namen her sieht man, dass der Unterschied klein ist. Man hebt einfach die Zunge ganz bis gegen den Gaumen, statt nur fast. Genau das passiert auch bei dem Übergang von Strich B zu B, einen stimmhaften Bilabialen Plosiv. Die Stimmbänder vibrieren eh schon, die Lippen haben die richtige Form. Der Unterschied ist, dass man für den Plosiv den Mund kurz ganz schließt, statt nur fast. Das erklärt auch, wieso Strich B umgangssprachlich in Aber erscheint. Beim A ist der Mund ganz geöffnet, für B muss man ihn ganz schließen und dann kommt wieder ein A, denn das R spricht man wie ein A aus. Fängt man also schon an, das zweite A auszusprechen, bevor man mit dem B ganz fertig ist, dann schließt man den Mund eben nicht ganz und erscheint ein Strich B. Aber. Beim D passiert schließlich etwas leicht anderes. Es ist dem Strich D ähnlich, deswegen benutzen wir Sprecher des Deutschen es auch, um das TH zu ersetzen, wenn wir Englisch sprechen. Aber der Unterschied ist etwas größer als bei B und G. D ist ein stimmhafter Alveolarer Plosiv. Also wieder Plosiv statt Frikativ. Man schließt den Mund ganz, statt nur fast. Aber man legt auch die Zunge ein wenig weiter nach hinten. Nicht gegen die Zähne, sondern gegen den Alveolarvorsatz, den Knochen direkt hinter den Zähnen. D halt. Untertitelung des ZDF, 2020